Top 9 Superfoods zu bekämpfen Müdigkeit Müdigkeit, auch als Müdigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Antriebslosigkeit bezeichnet, ist ein Begriff, der verwendet wird, um das allgemeine Gefühl der Müdigkeit und Schwach zu beschreiben. Es können physische oder geistige Müdigkeit bezogen werden. Gefühl ermüdet ist nicht das gleiche, wie benommen oder stäffrig fühlen, obwohl diese Symptome der Müdigkeit ist. Mehrere Lebensstilfaktoren, medizinische oder psychologische Probleme können Müdigkeit verursachen. Einige der Lebensstilfaktoren, die zu diesem Problem beitragen gehören exzessivem Alkoholkonsum, übermäßige Aufnahme von Koffein, übermäßige körperliche Aktivität, Inaktivität, schlechter Schlaf und ungesunde Essgewohnheiten. Ob Ihre Ermüdung aufgrund der physischen, mentalen oder emotionalen Anstrengung ist, können Sie es mit einigen leicht verfügbaren Nahrungsmitteln bekämpfen. Erster Bananen Bananen eine gute Menge an Kalium, die der Körper braucht Zucker in Energie umzuwandeln. Auch Bananen sind reich an viele wichtige Nährstoffe, wie B-Vitamine, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, Ballaststoffe und Kohlenhydrate, die weiter bieten Müdigkeit, Austrocknung und anderen Ermüdungserscheinungen. Plus, die natürlichen Zuckern wie Saccharose, Fruchtdose und Glucose in Bananen sind eine wesentliche Voraussetzung für schnelle Energie auflädt. Essen 1 bis 2 Bananen täglich. Sie können auch eine Banane schütteln oder Smoothie, Ihren Körper zu halten, hydratisiert und voller Energie. Zweiter grüner Tee Eine Tasse erfrischenden grünen Tee kann auch Müdigkeit kämpfen, vor allem Stress und Müdigkeit. Grüner Tee enthält Polyphenole, die helfen Stress abzubauen, Energie und geistige Konzentration zu verbessern. Zu einer Tasse grünen Tee machen, steilen ein Teelöffel grüne Teeblätter in eine Tasse heißes Wasser für 5 Minuten. Sorte, Honig hinzufügen und dieser Tee 2- oder 3-mal täglich trinken. Statt grüner Teeblätter, können Sie Teebeutel. Dritter Kürbissamen Kürbissamen sind der ideale Snack für den Kampf gegen die Müdigkeit. Sie mit hochwertigem Protein geladen werden, gesunden Omega-3-Fettsäuren und Vitamine B1, B2, B5 und B6, sowie Mineralien wie Mangan, Magnesium, Phosphor, Eisen und Kupfer. Alle diese Nährstoffe arbeiten zusammen, um Ihr Immunsystem zu stärken, Energie und der Bekämpfung der Symptome der Ermüdung. Nur eine Handvoll Kürbiskerne geben Ihnen sofortiger Energie und fühlen Sie sich weniger müde. Sie können einen Snack auf gerösteten Kürbiskernen. Sie können auch den Schalteseed-Butter-Pumpkin Ihren Stoffwechsel zu erhöhen. Vierter Haferflocken Ein perfektes Essen für die Bekämpfung von Müdigkeit ist Haferflocken. Es enthält hochwertige Kohlenhydrate, die im Körper als Glykogen gespeichert werden, und Kraftstoff für Ihr Gehirn und Muskeln während des Tages. Hafermüll ist auch als Superfood für die Verdauung durch Ihren hohen Ballaststoffgehalt betrachtet. Auch Diabetiker können Haferflocken essen, da es hilft, normale Blutzuckerspiegel beizubehalten. Eine Schüssel Haferbrei macht ein tolles Frühstück. Sie können die gesundheitlichen Vorteile hinzu, indem er Ihr Müsli mit frischen Früchten und Nüssen. Fünfter Joghurt Die hohe Menge an Protein, Kohlenhydraten und Darm, gesunder Probiotika in Joghurt kann eine große Hilfe sein, um die Symptome der Müdigkeit zu kämpfen. In der Tat, die Abläufe im Körper Joghurt schneller als jede feste Nahrung, und damit es funktioniert wie eine große Quelle für schnelle Energie, wann immer Sie es brauchen. Sie können Joghurt jederzeit des Tages essen. Essen Sie mindestens ein Tasse fettfreien Joghurt täglich. Wenn Sie keinen Joghurt wie, fügen Sie einige gefrorene Beeren oder anderen Früchten und Nüssen oder einen Smoothie. Sechster Wassermelone Haben Sie das Gefühl, an einem heißen Tag oder nach dem Training durch Austrocknung ermüdet, können Sie Ihre Energie zurück mit einem Stück Wassermelone. Wassermelone ist reich an Wasser und Elektrolyten, die Austrocknung an der Bucht und helfen Sie aktiv und frei von Anzeichen von Müdigkeit. Plus, es ist reich an Müdigkeit, feiter Nährstoffe wie Kalium, Vitamin C, Lycopin, Beta-Karotin und Bügeleisen. Sie können auch ein gesundes Getränk mit einigen Wassermelone machen, ein wenig Honig und Zitronensaft und Wasser. Trinken Sie den Saft nach dem Training auf Anzeichen von Ermüdung zu verhindern. Siebter Walnüsse Eine andere populäre Müdigkeit, Sprengende essen Walnüsse. Sie sind hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, die leicht Ermüdungserscheinungen entgegenwirken kann. Sie können auch helfen, die Symptome einer leichten Depressionen abzubauen. Plus, Walnüsse enthalten sowohl Eiweiß- und Ballaststoffe, die helfen, Energie zu steigern nach dem Workout. Diese Muttern haben auch eine anständige Menge an Mangan, Magnesium, Phosphor, Eisen, Kupfer und Vitamine. Ziel ist es, ein Vierteltasse ohne Schale Walnüsse in der täglichen Ernährung gehören. Sie können geröstete Walnüsse essen als gesunde Vormittags- oder Nachmittags-Snack. Außerdem können Sie streuen Nussbaumstücke auf Müsli, Milchshakes, Smoothies, Suppen und Salate. Achter Bohnen Bohnen sind ein Wunder, Nahrung für viele gute Gründe genannt. Sie haben zahlreiche Vorteile für die Gesundheit und kann helfen, Müdigkeit zu kämpfen. Sie sind reich an Ballaststoffen, enthalten ein gutes Verhältnis von komplexen Kohlenhydraten und Protein, und einer Reihe von Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Kupfer und Eisen. Dieses einzigartige Nährstoffzusammensetzung liefert lange anhaltende Energie und verhindert, dass Sie von dem Gefühl ermüdet. Sie können gekochte Sojabohnen für Frühstück und schwarze Bohnen, Salat oder Suppe für Mittag- oder Abendessen haben. Sie können auch versuchen, einige One-Pot-Mahlzeiten mit Bohnen Ihrer Wahl. 9. Red Paprika Paprika sind eine der besten Quellen für Vitamin C-Antioxidants, gibt nicht nur einen Impuls für Ihr Immunsystem, sondern hilft auch dem Stresshormon Cortisol, die zur Ermüdung beitragen zu reduzieren. In der Tat, Vitamin C ist für eine gesunde Adrenalensystem, wodurch Müdigkeit aus physischen oder emotionalem Stress vorzubeugen. Nur ein Tasse eine rote Paprika täglich werden mehr als ausreichend sein, Ihre Energie und den Stoffwechsel hochzuhalten. Sie können rote Paprika in Ihrer Diät im Ra, gebacken, gebraten, gegrillt, gekocht oder gefüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017